So, eigentlich war ich jetzt mit Robin verabredet, aber ich finde den nicht. Sie suchen jemanden oder was? Ja, Robin. Ich kann dir beim Suchen helfen, ich helfe immer gerne. Ja, nice. Gegen Geld. Ja, komm, wir nehmen einfach mal die Fährte auf. Okay. Was machst du da? Ja, Hundepisse. Menschenpisse. Nee, 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 das ist für mich der Falsche. Frauen finde ich gut. Danke. Ich habe so spezielle Witcher-Augen, so gelbe Witcher-Augen und da kann ich alles überfinden, was ich suche. Ich habe da so einen Witcher-Sinn. Du hast doch gar keine gelben Augen. Natürlich habe ich gelbe Augen, ich bin Gerald von Riviera, ich bin ein Witcher, ich habe gelbe Augen. Willst du etwa sagen, ich hätte Kosten und Mühen gescheuert für dieses Video oder was? Du bist auch einer von diesen NPCs, oder? Diese Wellen-NPCs, die alle immer so... Diese NPCs, kennst du? Kennst du die? Mhm, ja. So einer bist du, oder? Hallo? Hallo. Willst du auch ein Koto mit ihm machen? Du darfst ja alles mit mir machen. Ja, okay. Weil du eine Frau bist. Ha! Top. Dankeschön. Wann wirst du gesieht zu den jungen Leuten? Merkst du das? Ich bin ja über 100 Jahre alt, das wird sich ja wohl hier zieren. Sie ziehen. 100 Jahre alt, weißt du, was ich alles hinter mir habe? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Witcher. Das sind nicht die Droiden, die du suchst. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Witcher, ja. Jahre lang. Ich habe all meine Gefühle unterwegs verloren. Ich habe nur noch ein Gefühl. Penis. NPC, hörst du das? Zur Zeit laufe ich besonders cool durch die Lande, auf geheimer Mission, meine Tochter zu finden. Hier, deine Radfahne. Danke. Schön. Was hast du die gefunden? Und ich nehme unterwegs alles mit im Haus drin, natürlich. Ich nehme unterwegs alles mit, was geht. Besonders alles, was eine Vagina hat. Wobei ich es mir gerade überlege, hast du zufällig für mein Bestiarium ein kleines Monster in deiner Hose? Oh, warte mal ganz kurz, ich glaube, da ist ein Lut. Dann nehmen sie einfach. Es ist definitiv meine Absicht, diese Kerze anzumachen und nicht den Lut daneben zu nehmen. Entschuldigung, ich suche meine Tochter, habe ich sie gesehen? Weiße Haare, geiler Haar. Das bin ich. Ja? Nein, stimmt. Ich habe es doch gleich wieder meinen zu haben. Okay, ich habe es gleich. Warte, was? Ich meine, es hat doch alles Zeit hier, Leute finden, oder? Das ist doch nicht dringlich, oder? Ey, mit so ein bisschen Benzer, ein bisschen Brand. Jeder Brand hier. Oh, nee, da. Brand. Warte. Ich brauche mich, ich brauche meinen Schuss. Quent, bitte, Quent, bitte, Quent, Quent. Hi. Willst du ein bisschen Quent spielen? Quent, Quent, hier. Ja. Quent, was legst du? Okay, thank you. Ja, Quent. Ja, Quent. Okay, okay, okay. Tschüss, Quent. Ja, sorry, wir müssen kurze Pause machen. Ich habe da nämlich einen Wetzstein entdeckt. Und ich muss meine 200 fast identisch aussehenden Schwerter immer schön scharf halten. Hier so, erstmal schön wepfen. So, fertig. Geile Animation, oder? Triple A. Quattro E. Sieht total zum Früchten aus. Quinn-Duppel-A. Sieht zum Früchten aus, ne? Ja. Sind Sie auch Witcher? Sie haben so schönes weißes Haar. Sind Sie auch Witcher? Was ist Witcher? Witcher? Ich? Ja. Bisschen Zauern, ein bisschen Igni, ein bisschen Axios, oder wie das heißt. Nee. Ich habe für jede Situation immer ein schön scharfes Schwert dabei. Hier Silberschwert für Monster. Hier haben wir ein Stahlschwert für Menschen, wenn die hier aufmucken. Und hier haben wir noch ein Schwert für die Ladies, wenn du verstehst, was ich meine. Muss ich dich beschützen vor dem Monster? Nein. Da war ein richtig guter Loot dabei, du. Musst du vor dem Monster beschützt werden? Nein. Ist gar kein Problem, geht ganz schnell. Ich kann mich schützen. Ja? Ja. Muss da irgendjemanden geben, den ich totschlagen kann? Ich gehe eine von diesen 300 identischen Nebenfragezeichen-Dingern machen. Stress. Ist ganz wichtig, immer schlagen und dann wegspringen. Schlagen und dann wegspringen. So kann man das ganze Spiel durchspielen. Hallo? Hi. Stress oder was? Nee, nee. Kampf oder was? Schlagen, ausweichen, schlagen. Oh, Monster. Schlagen, ausweichen. Warte kurz, warte kurz. Muss ganz kurz hier mal einen Trank zurechtmischen. Warte. Ich habe das Wichtigste vergessen. Echt? Ja, man muss ja so kämpfen. Das ergibt nämlich Sinn. Das ist der Witcher-Kampf. Warte, gleich treffe ich dich. Hauptsache drehen, da trifft man irgendwann schon mal aus Versehen jemanden. Gleich, gleich ist es soweit. Oh, ist das guter Kampfstil. Und nochmal drehen. Ich helfe euch. Scheiß die Knob. Seid sicher, kann ich deine Brieftaubenadresse haben. Mir ist aufgefallen, du bist eine Frau. Okay Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Aber das sind so die Art Videos, wie ich sie auf anderen Plattformen mache. Nämlich dem Zeitkanal, der da unten verlinkt ist. Guckt es euch gerne an. Gibt es noch mehr zu holen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, du findest deinen Typen, Kameramann. Ja, ja, schon. Du schaffst das. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall erst mal danke an die ganzen Sephora und an Tino, der hier die Kamera so geil gemacht hat. Danke dafür. Und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, ich habe so viel. Ich habe hier, das habe ich gemacht, Bob Ross und Peter Lustig. Und nur die geilsten Leute. Hier ist alles aufgelistet. Ganze Playlist. Aber auf dem zweiten Kanal. Ansonsten gibt es auf dem Kanal hier wieder die traditionellen Entwickler-Videos. Danke für euren Support auf Patreon. Das ist ganz besonders wichtig. Und Grüße gehen raus. Ach, und da hat er auch gleich die Taste. Na genau, Penis-Form. Wollen Sie eins? Und er muss den ganzen Scheiß-Trick haben. Ja, ja, ich werde die Zunge dazu. Den ganzen Scheiß-Trick. Zu Abend denkt er, was ist das für eine Rotze, das kann man machen. So ist es immer, ja. Ich habe das. Vielen Dank.